und das sind wir wieder bei megaman ja letzte mal mit diese acht wieder gesehen und jetzt müssen wir kämpfen gegen den boss oh nein nicht her moment ich wusste es mal so nee warte mal das war das war hart genau muss ich mit was schützt war ja so müsste der gehen müsste jetzt noch genug jetzt geht es noch okay ich muss also erstmal mit harz knuckles und dann mit waschitz mehr so eher um so besser treffen wäre nicht schlecht so ja es sieht ja das war dr wiley denkt ihr und da ja das ist nicht dr wiley wir suchen jetzt dr wiley und haben ihn da gefunden jetzt kommt der echte dr wiley äh waschkoil und waschschätel ja wir haben es bald geschafft leute und der hier ist wirklich was soll ich sagen also schwer auf keinen fall so jetzt genau äh waschkoil waschkoil so ähm snake waschkoil ein schuss noch ja und das ist dieser bot den man da gerade sieht den großen um den geht es hier überhaupt im spiel und jetzt haben wir den kaputt gemacht mit mega man und ja das ist diesmal der echte wiley und ja das ist diesmal der echte wiley oh 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 beides kaputt und wer ist das denn wer ist dr wiley oh no too late und da hört man die musik von protoman der wurde hier keinmal richtig erwähnt und ja damit verabschiede ich mich und ich hoffe ihr hattet fun ich hatte spaß mal wieder seit lang mega man 3 zu zocken und ich lass dann mal die schöne musik laufen also tschau leute und bis zu meinen nächsten projekten ja und Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.